Sollen wir eigentlich Seas Musik machen? Nee, überhaupt nicht. Aus, Seas. Verdammts. Hurra, hurra, we took forever to secede. Double. Double. Run. Mach. No, they're still on about to secede. Hey, watch out for my enemy unit. I put in your shoulder arms. Yeah. I'll go quite forward to tell you. Yeah, yeah, go and take the left. Okay. Okay. Bei Netto. Charge bei Netto. Der bei Netto. Ja. Hallo? Ja. Hast du mich? Habt ihr alle bei Netto? Ja. 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 Ja, ich hab gar nichts gehört. Ja, ich hab gar nichts gehört. Der ist der ist deins. In the line. In the line. Prepare for charge. Harris lass dich dann zurück. Oh, das sind unsere. Das sind unsere. Das sind unsere. Ne, doch ein bisschen so. Das sind unsere. Wir gehen hier rechts hoch. Charge! Hier rechts über rechts. Charge! Stay down. Und weiter. Chargen, 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 chargen. Chargen, chargen, chargen. Schön mitgekommen. Charge bei Netto Frage. Charge die Art. Charge die Artillerie. hier rechts wir sehen kommt hier zu den earthworks hier rechts fire at will zwischen zelten habe ich gerade gesehen du sie von mir da mal unterschießt zwischen die zelte durch die kann ich machen ja bremst du unsere artis zurück ja artillerie wir haben vorne geklärt ihr könnt vorkommen ok dann machen wir so nein nein richtung richtung südwesten ausrichten artillerie kommt hallo die artillerie hier muss geladen sein ich habe keine ahnung was ich hier ich habe keine ahnung was ich hier ich habe keine ahnung was ich hier mit shift mit shift mit schnall also weg die lücken aufbauen sehr gut weiter machen auf links die k-songs da treiben sie sich auf zwei battle flags da ist feindrücken näher zept ok stopp lasse ja ja wenn ihr nacken habt macht das die ab links und wenn ihr riecht waaat da kommt wow stirbt na das war uns gerade toll sollen wir uns ein bisschen zurückziehen oder die arti nach vorne schieben oder die arti nach vorne schieben nein turban sehr schön doch weh toss mir durch wir na ja weil ihr geschossen jetzt drei L golfer laut Gebt Feuer, gebt Feuer, gebt Feuer Gebt Feuer, gebt Feuer Achtet, Achtet Gebt Feuer, kommt er schnell Die Targets tief ziehen James, schmeißt euch mal gebeten James, schmeißt euch mal gebeten Ja, 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 ja Komm, da sind die Millionshandlungen von dem CP Das können wir, kommt Achtet, rechts Seas fire Fixed by Nets Direkt Charge 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 Links, Achtung Nach links Nach links Achet Geh der Schocken! Meluska! Das war's für heute. Du bist ein paar Meter nach hinten geflogen, ne? Rechts, Südwesten. Ah ne, unsere, sorry. Aber Südrunter, Südrunter. Südrunter. Alle Charge Minets. Ich muss hier ein bisschen aufteilen, dass sie hier welche sind, falls sie jetzt zwischen den Zelten kommen. Du hast kurz Tiberius. So verstanden. Augen offen halten. Alle in Charge Beine zu den Kampfgruppen beieinander bleiben, ja? War das mit Fahne? Wir wollen nur ihre Alvorne Flagge haben. Jo. Es liegt zwar gegen andere schon noch. Es liegt noch eine. Schön in Deckung bleiben, alle. Schießen, wisst ihr. Jetzt kommt da welche. Ja. Wir machen mal ein paar Bereiche auf. Übernimmt doch bitte hier die linken Flanke. Hab ich schon. Okay. Ich bin vorne bei den. Die Unentscheid und Links. Ja. Die Unentscheidung. Ja. Die Unentscheidung. nicht schlecht ja aus dem süden fire it will shift nach rechts fire it will blizzard grayling nach rechts feuern die wurden angeknüpft und haben einen counter-crash gemacht da sind schöne unions leid hier bleibt hier bleibt hier vier minuten das können wir halten alle schön in deckung nachladen raus gehen schießen deckung nachladen eng beieinander bleiben sollte ein gegenangriff kommen hier grayling kommt zurück konzentration leute ja die haben wir da unten alle weggeschossen da kommen sie achtung macht euch bereit nicht wenn wir sie vorher abschießen die stehen richtung süden rechts von diesem blauen wagen und links steht dahin und den zirken dran gute tickets weiter nach rechts rechts komm doch her maximus bleib liegen nein Ah, leider noch keine Unionisten mehr getroffen am Ende, schade.